Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dimension Dive LP. Heute gießen wir mal ein bisschen Eisen. So, mal alles hier rein tun, was wir können. Wir waren ja das letzte Mal ein bisschen minen, haben leider keine Dias gefunden. Aber, ähm, nun gut, da kann ich auch mal einen tun. Die Büsche. Ich weiß jetzt nicht, ob die wachsen hier. Ich werde sie mal hier im Schatten irgendwo hinstellen. So, haben wir ein bisschen Zucker. Ja, ganz wenig. Ähm, ich mach das lieber nicht hier, oder? Ich weiß nicht, ob die gut wachsen hier. Lass ich's mal. Ähm, so, der Garten ist auch wieder ein bisschen gewachsen. So. Ähm, Bären. Sehr schön. Alles mitkommen. Gut. So ist das nicht abgekommen. Hm. Bisschen verpackt noch. So, Reis. Hier haben wir auch noch Kabis Zeugs. Das lassen wir mal. So, haben wir recht viel. Hier. Ähm, das Weizen kommt mit. Das müssen wir den Kühen verfüttern. Ähm, die Schafe vielleicht noch umzäulen. Also, die Schafe noch einfangen. Ähm, da muss ich schauen. Wir haben, glaub ich, kein Holz. Ja, wir werden hier nochmals einen der... Warte, wir... Ich werde sie hier, ähm, abfällen. Weil die sind ja näher dran. So. Oh, ist das viel Holz. Schade, dass das Ding, ähm, nicht drin ist. 3Captor. Aber es geht auch besser so. Also, 3Captator ist relativ, ähm, nervig mit dem langen Warten. Das ist ja nicht so lang. Das ist nur ein grosser Baum. Die müssen aber hier weg. Wenn wir hier bleiben wollen. Sonst müssen wir eben nochmals erkunden. Ja, weil das wahrscheinlich kein Baupart werden wird. Ähm, wie soll ich es nicht antue. Mache ich jetzt hier mal eine Erkundung noch dazu. Neben dem Zäune bauen. So. Ähm, genau. Gut, da noch eins. Sonst... So. Ähm, ich muss aber schauen, wo die Schafe sind. Also, die Schafe habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ich hoffe, die sind nicht noch gestorben, als wir... Ach, mal beim Bogen raus. Den benutze ich sowieso recht Sinn. Ja. So. Denn ich brauche ja... Wolle. Wolle. Also in die Mitte kommen Schafe. Und... Haben wir hier Wolle drin? Haben wir hier Wolle drin? Haben wir hier. Das ist Marble. Ja, wir haben keine Wolle mehr. Dann... Und Schüße können wir da noch benutzen. So. Wir brauchen eine Schere. Eine Schere. Natürlich. Wo ist die Schere? Ich hätte doch eine Schere gemacht. Hm. Das ist jetzt blöd. Hier ist ja auch keine Schere drin, oder? Nö. Nun gut. Was auch immer... Ah, die Schere haben wir wahrscheinlich verloren. Weiß wir gestorben sind. So. Den Stick kann ich auch hier reintun. Dark Oak Brett will ich hier reintun. Gut. Geht schnell hier im Achsenwasser. Nicht schlecht. Nein, das lasse ich hier. So. Ein Schaf brauche ich für Wolle, weil ich ja Ding machen will. Ähm. So zum Überspringen. Ach komm schnell. Irgendwo ist doch ein Schaf hier. Bevor es wieder ein Monster gibt hier. Nein. Kein Schaf. Ich muss zurück, sonst spawnt hier noch was. Mist. Ist das die spawnt, oder was? So. Schnell schlafen. Die Monster sind viel. Vor allem unterirdisch. Aber. Ja. Wir müssen halt einfach aufpassen. Diesen Plaumen an den Avocados sind das. Die Birnen. Haha. Die tropischen Birnen. Ah, da ist eins zum Beispiel. So. Komm du mal mit. Aber ich brauche ein zweites. Da ist noch ein zweites. Sogar mit. Ähm. Helm. Was soll ich eher sagen. Ähm. Mannskockel auf dem Kopf. Ja genau. Du kommst mit. Sehr schön. Dann haben wir auch Schafe. Ja. Jetzt komm mit. Schlafen. Schlafen kannst du dann im Gehege. Komm mit. Komm mit. Nein bitte. Komm. Hallo. Hallo. Das wurde wahrscheinlich auch angegriffen mal. Deshalb ist der Mod raus. Der ist von mir raus geflogen. Der wurde gefeuert. Ach komm schon. Seid ihr dumm oder seid ihr nur dumm? Hallo. Komm jetzt. Oh Gott. Nein jetzt komm bitte. Ihr habt ne KI. Die ist schlimmer als in Doom 3. Komm jetzt mit. Hopp hopp hopp. Hopp hopp. So und jetzt geht ihr hier rein. Kommt. Ihr geht jetzt hier rein. Sonst kill ich euch. Danke. Ihr seid so nett. Yay. Ja aber den Hut bekommen wir nicht. Na gut. So. Carpet. Carpet. So. Machen wir hier noch einen. Gut. Dann haben wir das. Da kann man noch eine Bettdecke machen. Ja. Okay. Das haben wir auch. Sodele. Ähm. Ähm. Ja eben. Dann. Gehen wir doch. Ein bisschen erkunden. Ich weiss nicht. In diese Richtung waren wir noch nicht. nicht. Ich suche einen schönen Platz. Aber einer. Der. Ähm. Der. Ja auch speziell ist. Außerdem möchte ich Tintenfisch. Ähm. Tintensäcke holen. Und Federn und so. Von Hühnern. Ja. Wecken. Ähm. Wüstkräft. Damit wir in andere Welten können. Das ist schon wichtig. Gehen wir mal hier runter. Was ist das? Herbgarten. Aha das ist so zu mitnehmen. Gut. Da ist ein bestimmter Baum. Was ist das für ein Baum? Das ist wieder so ein Baum. Den brauchen wir nicht. Aber hier gibt es Tintenfische. Sehr schön. Die brauchen wir sehr viel. Für ein Mistkräft. Was bekommen wir da noch? Da bekommen wir so Tintenfische über. Das ist wahrscheinlich von Aquacraft. Und wie der heißt. Nein. Hauskräft. Okay. Kalamari. Inksec. Haben wir auch. Sehr schön. So was haben wir denn hier. Ein Dorf. Mit Hühner. Sehr schön. Guten Tag Herr Dorf. Dorf bewohnen. Hallo. Hallo. Ich muss eigentlich mal ein bisschen. Das Weizen mitnehmen. So aber er tut uns natürlich wieder anpflanzen. Ja sicher. Ja sicher. Wocher. Dinger wocher. Ah. Hier ist von Famcraft. Das müssen wir uns merken. Können wir mal einen Waypoint machen. Dorf eins. So. Hier haben wir Bücherregale. Die müssen wir klauen. Wir sind so böse. Schlimm. Ah. Hier auch noch mehr. Dann haben wir mal ein Vorrat. Die Leute ja sowieso hier nicht abernten. Weil das wahrscheinlich erst mit 1.8 reinkam. Oder ich es einfach nicht sehe. Hier jetzt ein Mannequin. Das wäre auch zum abbauen von Weizen. Weizen. Ein ähm. Weizenmann oder wie die heißen. Ich habe keine Schmiede. Heiballe. Der Heiballer. Nun gut. Dann gehe ich halt wieder weg. Hier hat es noch Hühner. Genau. Ähm. Was haben wir? Ja. So. Wichtig. Ähm. Hier noch Zuckerrohr ist auch wichtig für Mistcraft. Leider keine Squids gerade. Da brauchen wir noch mehr. So. Gehen wir nach oben hier. Was haben wir sonst hier? Kühe. Arrow Toppet. Sehr schön. Na ja. Schweine. Schweine. Pigfett. Würden wir bekommen. Aber das ist. As Magica 2. Das ist ein Mod, den ich nicht so kenne. Wenn ich doch eine Minimap habe. Wenn ich doch eine Minimap habe. Wie sieht es denn die Minimap aus? Das mache ich mal auf Komma. Ja okay. Dann mache ich es auf Punkt. Ja. Ich kann nicht dafür, dass alles benutzt wird. Ich will aber die Minimap auf der anderen Seite. ähm. 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 Endlich ist das ja da. Nein! Ähm. Ähm. Da muss ich das da einstellen. da map position hier rechts oben das ist gut so dann haben wir wenigstens eine minimap wieder wo hat es hier noch kühe oben dran da hat es kohle ja toll ich kann keine blätter gebrauchen hier oben in den lüften das ist böses land hier kann das nicht verhindern kann das nicht abbauen kann ich das nicht abbauen das wird sich verbreiten wenn wir hier länger bleiben lol gut walrus cutie gut so leben wollen wir auch noch mehr nehmen sehr schön das ist angenehmes klem also leben so dele ja komm raus da hat es auch noch sehr schön so hier haben wir einen timecraftbaum wie viele kühe hat es hier da ist einer schon gestorben nicht nicht entschwinden nicht den fluten entschwinden sehr schön so ja ich glaube ich porte dann zurück ich hoffe das ist eingestellt weil der heimweg ist sonst zu lange und birgt gefahren das ist ein bisschen schlecht von mir jetzt gedacht ich will wissen was das ist und wieso ist hier schon wieder irgendwas ich hasse timecraft langsam ja pickaxe ich brauche aber eine bessere ich muss das verfluchte land entfernen das kann man dort sicher auch entfernen ich hoffe es geht so noch ein Huhn wo wo ist das andere Huhn da ähm wo ist jetzt der timecraftbaum hier aber der hat keine sag schon oh hier hat 12 aber wir haben keine Co-Ding ja das ist ein normaler Baum oder denke schon jetzt noch Hühner die Späne hat uns verloren die interessiert uns nicht die Späne wurden irgendwie stärker gemacht also ähm M Vapents add Wölfe ich hoffe die sind dann noch da und dann ähm möchte ich kurz kann man da nicht teleportieren Mist was soll ich machen nein nicht editieren ach komm ja können wir noch ein bisschen weiter so das ist dann Silver Forest aha so hopp hopp da nach oben ach komm was ist denn das für Blumen auch von Botania ist eigentlich nur noch diese Blumen oh schaut mal an eine große Siedlung uh die Leute haben Angst ah die wollen rein gut die haben Angst da ist ein ähm Rocklike Dungeon aber das ist zu schwer für uns wir haben nur wenig Sachen jetzt dachte ich schon das wäre eine Spinne da vorne oh was ist denn das für ein Hut Friedgebäu das ist wieder einer der User die irgendwas gespendet haben da ist auch einer der schläft hier dachte schon du schießt gar nicht mehr so gibt es keine Schmiede mehr hier ist eine Schmiede hier ist eine Wache aha oh du lebst da gut ähm eben genau hier müssen wir rein und finden Obsidian sehr schön da können wir mal die Sachen die wir jetzt wirklich nicht brauchen da rein tun so nehmen die einen Schest mit noch eine einen Schest Hals Garlick brauchen wir auch nicht Diamantrüstung so einen Ginchen nehmen wir mit so oder da ist eine Burg was sollen wir noch ablegen Wolle da ist ein Creeper explodiert das Brot kann ich ablegen gut ja was da explodieren hm schauen wir mal hier rein was hier denn ist interessanter Part aber die Zeit läuft langsam ab ich sehe nichts ach man diese Spiegelungen was haben wir denn hier gar nichts wirklich nichts so eine Frischheit schade schade nun gut dann gehen wir weiter verlassen wir dieses Dorf damit die Dorfbohnen in Ruhe gelassen werden so gehen wir nach Süden da haben wir einen Blumenstaus den möchte ich mitnehmen und noch eine da ist noch ein Hut danke und tschüss Loll ein Finger eine Hand so was haben wir hier noch ein paar Tintenfische die können wir mitnehmen ich hoffe es wird bald wieder Tag ähm naja mehr oder weniger wie viel haben wir 31 sehr schön da können wir recht viel Welten machen ach kommt liebe Squids ihr seid so blöd ich will die Weihnachtsmütze oder was das ist mitnehmen die ist hier danke und schwimmen tauchen so ha der Zombie hat keinen Bock mehr man sieht die Wasserblasen fast nicht komm schon dankeschön so ist es gut und wann wird es wieder Tag bald weil in diesem Mod ist es schon schlimmer nachts viele Monster ah hier ist ein Sumpf sehr schön ja genau schießt noch besser Pfeile ah ihr seid gemein ihr seid gemein ihr seid so gemein und ich bin jetzt schneller als wir oder was jetzt bin ich schneller ha 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 oh ist eine Seerose da haben wir noch mehr Squids ha 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 ich weiß jetzt nicht genau weil Misskräft wieder überarbeitet wurde wie man es macht aber wir finden es schon heraus ich weiß nicht Misskräft kann sich nie entscheiden wie es denn gemacht wird immer wird es umgestellt immer wird irgendwas anders gemacht es nervt langsam so hier haben wir einen Schatz ja ja im Wasser explodieren ist nicht so richtig wieso ist das neben dem Botania Lexica Tamomium aha man den Belt können wir ausrüsten so dann ähm 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 Common Thresher ja auch nur Schrott ah Tank gut den hier weg so Udele wir brauchen einen Rucksack haben wir einen Rucksack noch mal Ginch rein Gold können rein Fragment möchte ich mitnehmen die Rüstung auch das könnten wir runter tun das mal runter Trank möchte ich auch nicht hier halten so der Rest brauchen wir nicht gut sehr schön also wir finden mehr als wir tragen können das ist Wahnsinn so wir müssen hier rüber gut ich denke zu dem ne zum blauen müssen wir ich denke es ist nicht mehr allzu weit weg alles gut aber hier muss ich Part beenden die Zeit zeigt mir an ich will nicht mehr als 30 Minuten aufnehmen weil es länger geht also dankeschön für's schauen bis zum nächsten Part Tschüssi